Jetzt hat sich aber auch in der ÖVP einiges geändert, der Parteiobmann ist jetzt sicher liberal als der Vorgänger. Würden Sie unter den heutigen Voraussetzungen noch einmal die Neos gründen? Ja, natürlich. Was hat sich in der ÖVP geändert? Also ich war am Anfang auch positiv angetan, aber das ist ja alles Schall und Rauch. Ich meine, der Einzige, der da ein Hoffnungsschimmer war, ist der Herr Schelling, der da ordentlich aufgedreht hat. Herr Kurz, um es auch sehr gelobt, um es gemeint, dass alle Kanzler werden und es eine Erneuerungsansage für das Land. Das hat ja schon fast geklugnet, als wäre die Fusion in ein paar Jahren geplant. Das ist aber schon länger her. Ich finde, dass die letzten Monate nicht so erquicklich waren von seiner Performance her. Da hätten wir vom Integrationsminister mehr erwartet. Zum Beispiel das 50-Punkte-Programm ist um Jahre zu spät gekommen. Aber wie auch immer, Kurz hat auch seine Verdienste. Das sehe ich auch. Ich will ja nicht alles im Bausch und Bogen kritisieren. Schelling hat auch seine Verdienste. Großartig teilweise seine Initiativen. Aber sie erkennen gerade am Schelling, mustergültig, dass er überall an seine Grenzen stößt. Weil er eben Gefangener ist dieser ÖVP-Struktur. Neun Fußfesseln von diesen Landeshauptleuten oder Landesparteichefs, die sagen, wenn du da eine greifst, dann drachen wir die ab. Der Herr Sobotka in Niederösterreich läuft ja mit einem Messer zwischen den Zehntumern dumm. Wenn sich der Schelling umdreht, dann passiert Schlimmes. Das ist ja so, das ist ein strukturelles Problem. Ich will hier nicht Personen so zutiefst kritisieren, sondern diese zwei Regierungsparteien, denen wir viel zu verdanken haben, ÖVP, SPÖ, haben vieles richtig gemacht über Jahrzehnte, die können die Republik nicht mehr alleine schultern. Die sind korruptionsanfällig, die sind innen hohl, wenn man so will, und die sind nur noch am Machterhalt interessiert. Währenddessen die Arbeitslosigkeit, Rekordniveau hat es seit 60 Jahren. Das haben Sie schon gesagt. Das habe ich schon gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen, weil im nächsten Jahr kommen 40.000 voraussichtlich, 40.000 Arbeitslose dazu. Und das ist ja keine Kleinigkeit. Das sind 40.000 Familien, die ein Elend hier damit auch erleben. Also, und die haben nicht die Kraft, die kommen nicht in eine Schubumkehr. Um nochmal auf die Beziehung zur ÖVP zurückzukommen, hat der Klubobmann Lopatka-Wil eigentlich auch angeklopft und wollte Abgeordnete abwerben? Nein, das hat er sich... Ja, beim Team Strohner war er relativ erfolgreich. Naja, der ist da hemmungslos, aber er weiß auch, wo was geht und wo nichts geht. Bei uns geht nichts, wir stehen als Niner-Team. Da klopft mehr Sie dann bei Ihnen an und holt sich den Kommunikationschef, der früher Pressespräch, der Wolfgang Schüssel war. Ich meine, wir hätten auch viele Abgeordnete auf verschiedenen Ebenen schon übernehmen können. Bei uns wurde oft angeklopft in den letzten eineinhalb Jahren. Wir machen das nicht. Welcher Seite? Das will ich gar nicht. Das wäre aber interessant. Das wäre spannend, aber das sage ich nicht dazu, weil ich will da auch niemand Nachteile bescheren. Vielleicht wollte jemand vom Team Strohner zu reden. Es geht nur um eine grundsätzliche Haltung. Und wir haben uns den Beschluss gegeben, wir übernehmen keine bestehenden Mandate aus irgendeiner Konkursmasse. Das ist kein aufrechtes Politikmachen. Das ist ein aufrechtes Politik.